Nach der Pfarrwiese und dem Hanapi ist dem Allianzstadion alles neu, auch für Rudolf Edlinger. Man muss sich zwar jetzt orientieren, dass jetzt die Südtribüne immer im Süden ist und die Westtribüne immer im Westen ist. Ich glaube, dass es relativ rasch möglich sein wird, sich in diesem Stadion wohlzufühlen. Rudolf Edlinger, definitiv ein Stück Rapid Wien. Ja, hier sehen wir ihn und er hat der Dinge und wartet auf das, was da heute noch kommt. Der Ehrenpräsident und den Kollegen neben ihm, den kennen wir auch.